Wer schön sein will, muss leiden. Auf der Tattoo Week in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro wird wieder einmal gestochen, was das Zeug hält. Neuster Trend, tätowierte Augäpfel. Doch auch das gute alte Bildmotiv auf dem Oberarm, an den Beinen oder am Bauch ist nach wie vor gefragt. Hauptsache bunt und auffallend. Die Tattoo Week in Rio ist die größte ihrer Art in Lateinamerika.